Hallo liebe Läufer, das ist der Nachfolger vom beliebten Essex GT 1170 und er heißt jetzt schlicht GT 1000. Aber nicht nur der Name ist leichter, sondern auch das Schuhgewicht und das liegt an einem etwas flacheren Aufbau der Mittelsohle. Das Bodengefühl ist dadurch direkter und das Lauferlebnis dynamischer. Läufer, die dazu neigen, während der Abrollbewegung etwas verstärkt nach innen einzuknicken, erhalten durch die Duomax Pronationsstütze eine verbesserte Bewegungskontrolle. Das Obermaterial ist mit nahtfreien Verstärkungen versehen, der Läufer erhält dadurch noch mehr Halt bei der Bewegung. Die schon angesprochene Dynamik erhält der Schuh durch eine optimale Anordnung von Flexkerben in Längs- und in Querrichtung. In das Spever-Zwischensohlmaterial wurde eine zusätzliche Dämpfung eingebaut und zwar in Form von Gelelementen, einmal hier im Fersenbereich sichtbar, aber auch im Vorfußbereich. Wem Komfort, Dämpfung und Stabilität wichtig ist und wer einen hochwertigen Einstiegsschuh sucht, der sollte mal den Essex GT 1000 probieren. Und ihr könnt das in unseren Runners Point Filialen oder ihr bestellt ihn gleich hier im Shop unter www.runnerspoint.com.